Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In der letzten Folge unserer Greenscreen-Serie widmen wir uns DaVinci Resolve Fusion. Nicht erschrecken, Fusion ist gar nicht so schlimm. Ich zeige euch eine Möglichkeit, wie man in Fusion wunderbar einen Greenscreen entfernen kann. Und auf geht's! Wir befinden uns innerhalb von DaVinci Resolve 17, noch auf der Edit-Page. Das sind die beiden Clips. Beide von einem relativ sauberen Greenscreen aufgenommen und noch nicht bearbeitet. Jetzt fügen wir einen Hintergrund hinzu. Dazu schieben wir das Videosignal eine Ebene weiter hoch und packen uns den Hintergrund. Hintergrund ist eine Grafik in dem Fall. Momentan sehen wir natürlich noch keine Änderungen, weil wir noch nichts bearbeitet haben. Bevor wir zu Fusion gehen, wählen wir die beiden Clips an, drücken die rechte Maustaste. Und wählen aus New Fusion Clip. Und jetzt klicken wir unten auf Fusion. Dann haben wir schon einen kleinen Note-Tree, Media-In 1. Den schauen wir uns mal an, indem wir uns den auf der linken Seite darstellen lassen. Das ist unser Hintergrund. Dann benennen wir den gleich mal um. F2 ist das Standardkürzel. Wir nennen das mal Background. Damit ist Media-In 2 unser Talent. Genau so ist es. F2. Umbenennen. Talent. Schaffen wir uns mal ein bisschen Platz. Wir wählen unseren ersten Not an, drücken Shift und die Leertaste. Und geben das Stichwort ein, Kia. Jetzt haben wir hier mehrere zur Auswahl. Chroma-Kia, Delta-Kia, Difference-Kia, Luminanz-Kia, Luma-Kia, Ultra-Kia. Und wir werden uns hier mal den Delta-Kia anschauen. Auswählen, Add klicken und das Ganze selektiert. Wir achten darauf, dass wir uns den anschauen im Bildschirm 2. Deswegen klicken wir hier das kleine Zweier-Symbol. Sollte der Inspektor nicht eingeblendet sein, macht das bitte hier oben. Hier haben wir verschiedene Optionen. Die gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Wir beginnen bei Key. Als allererstes Background-Color. Die ist hier noch nicht eingestellt. Die können wir uns jetzt einfach auf dem Hintergrund picken. Nicht erschrecken, das ist nicht wie bei anderen Tools, wo man sich das auswählt. Dann funktioniert nämlich nichts. Man muss das Pipettensymbol klicken, gedrückt halten und dann über den Bildschirm gehen. Und dann sehe ich auch schon sofort meine Auswahl. Hier empfiehlt es sich im View-Mode umzuschalten auf die Maske. Dann sieht man nämlich relativ genau, was hier eigentlich passiert. Dann gehen wir mal in den Bereich Matte. Und hier können wir einen Threshold setzen, einen Grenzwert. Und zwar für das Low-End und für das High-End. Und dann klicken wir auf unseren Merge. Schalten den auf unseren Bildschirm. Und dann können wir sofort die Wirkung sehen, wie unser fertiger Key aussieht. Oder wie unser Key in Bearbeitung vielmehr aussieht. Und auch der ist gar nicht so schlecht für das, dass wir den ganz schnell mit zwei, drei Klicks einfach gemacht haben. Jetzt kann man natürlich noch eine Menge Dinge einstellen und bearbeiten. Es gibt die sogenannte Pre-Matte. Also bevor es in die Bearbeitung der Matte geht, könnte man hier jetzt noch eine Soft-Range definieren. Für einen weicheren Übergang. Man kann das Bild erodieren und man kann es ein bisschen bluren. Seht vorsichtig mit dem Blur, weil der ganz schnell unschöne Ränder formt. Dann haben wir hier auch nochmal den Bereich der Matte, in dem wir vorher selber schon mal drin waren. Auch hier kann man den Blur mit hinzugeben. Hier kann man den Vordergrund säubern. Seht ihr das hier dran? Ich schalte nochmal um in den Matte-Bereich. Da sieht man es ein bisschen besser. Clean Foreground, seht ihr, was passiert? Clean Background. Und durch die Kombination dieser Parameter kann man das relativ gut einstellen. Im Bereich Fringe kann man den Spill Suppressor noch mit einschalten. Der ist momentan ausgeschalten. Da gibt es verschiedene Wirkungsgrade, was man machen kann. Dann angelehnt an die Stakes, Rare, Medium, Well Done und Burnt. Nehmen wir mal ein Well Done. Da gibt es noch den Bereich Feintuning. Dort kann ich die Kurven der Masken einstellen. Aber da müsst ihr euch selber einfach mal ein bisschen spielen. Auch hier geben wir noch eine Garbage-Matte hinzu. Wenn wir in den Bereich hier nochmal rein sind, haben wir einen Verlauf, den mir noch gar nicht gefällt. Den möchte ich gerne raushaben. Wir maskieren uns bewusst einfach nur, was nicht davon erfasst werden soll. Und zwar mache ich das gerne so. Ich gehe in den Merge-Node und wähle mir hier das Polygon-Tool an. Und dann beginne ich hier drin, meine Mat zu erstellen. Ich muss jetzt lediglich darauf achten, dass nichts abgeschnitten wird. Ihr seht ja schon, der Hals von dem Bass, der geht ab und zu rüber. Also jetzt den kompletten Clip ansehen. Gucken, ob alles innerhalb der Garbage-Matte ist. Und fertig ist die Lauge. Und natürlich kann ich jetzt hergehen und ich könnte den Hintergrund separat bearbeiten, könnte den dunkler machen, könnte den bluren, könnte den Vordergrund nochmal separat farbkorrigieren. Wie auch immer. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das war Teil 3 unserer kleinen Greenscreen-Reihe. Color Keying in Resolve in der Fusion-Page. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und vergesst die Glocke nicht. Ich freue mich auch über Kommentare und weitere Anregungen. Also, bis bald. Wir sehen uns. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!